Sie hören den Artikel Der Wichser aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 19. April 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Wichser ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2004 des Regisseurs Tobi Baumann, Der nach einem Drehbuch von Oliver Kalkofe, Oliver Welke und Bastian Pastewka entstandene Film parodiert die Edgar-Wallace-Filme der 1950er und 1960er Jahre, insbesondere den Film Der Hexer von 1964. Handlung In den Wäldern bei London liegt das mysteriöse Black-White-Castle, eines der letzten Schwarz-Weiß-Schlösser im Vereinigten Königreich. Dort residiert der Earl of Cockwood, der dort seinen üblen Machenschaften nachgeht. Eines Tages verirrt sich das sechsellende Ehepaar Dubinsky aus Bitterfeld in jenen Wäldern und wird Zeuge eines Mordes. Ein Lieferwagen fährt den Mönch mit der Peitsche tot. Der Wichser hat mal wieder zugeschlagen. Er ist ein gefährlicher, mit Zylinderhut und einem knöchernen Schädel maskierter Verbrecher, der die Herrschaft in der Londoner Unterwelt übernehmen will und deshalb diverse Banditen aus der britischen Verbrecherszene tötet. Scotland Yard setzt daraufhin seinen, vermeintlich, besten Mann auf den Fall an. Chief Inspector Even Longer Unterstützung bekommt der Chief Inspector von seinem neuen Partner, Inspector Very Long. Schließlich hat der Wichser doch auch den ursprünglichen Partner, Rather Short, auf dem Gewissen. Very Long ist ein begnadeter Jojo-Spieler. Als Hauptverdächtiger gerät der Earl of Cockwood ins Visier der beiden Fahnder. Der Earl ist offiziell Mob-Züchter, obwohl er eigentlich mit anderen kriminellen Dingen beschäftigt ist und einen gut gehenden Schmuggler-Ring für Gold Groups leitet. Doch letztlich bereitet der Wichser auch ihm Kopfzerbrechen, wie der gesamten Unterwelt Englands. Die Ermittlungen führen die beiden Inspektoren schließlich zurück nach London, wo sie auf den dubiosen Harry Smeerlep treffen, ein Handlanger Cockwoods, der mit allen Mitteln versucht, seine Machenschaften und die seines Brötchengebers zu verheimlichen. Schließlich können Very Long und Even Longer die Bande des Earls ausschalten und die Identität des Wichsers offenbaren. Es handelt sich um den totgeglaubten Rather Short, der schließlich durch einen Pistolenwurf das Bewusstsein verliert und im Wasser untergeht. Entstehungsgeschichte Ursprünglich war der Wichser eine Krimiserie in der Radio-Comedy-Sendung Das Frühstücksradio. Als in der letzten Folge die Identität des Wichsers bekannt werden sollte, goss Onkel Hotte seinen Kaffee mit Milch, Zucker und etwas Senf in die Bandmaschine, sodass die Identität nicht offiziell gelöst wurde. In einem alternativen Ende, das im Zuge einer Sondersendung, Kalk und Welk in Die Stunde, die es nicht gibt, ausgestrahlt wurde, ist der Wichser der Erzähler, der den Schwachsinn der Protagonisten aufhalten wollte und somit böse wurde. Große Teile des Films wurden in Tschechien gedreht. Drehorte waren unter anderem die Rostivar Studios, das Bergwerk Glatnitsche, sowie die nähere bis weitere Umgebung von Prag. Der Film entstand innerhalb von sechs Wochen im Frühjahr 2003. Das Drehbuch entstand durch Ideen von Bastian Pazewka, Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Das Budget des Films wurde auf rund 4,7 Millionen Euro geschätzt. Mit Grit Böttcher als Kellnerin, Eva Ebner als Miss Dreikant und Wolfgang Fölz als Sir John wirkten drei Schauspieler mit, welche bereits in den Edgar-Wallers-Filmen mitgespielt haben. Ursprünglich wollten die Macher auch Joachim Fuchsberger dafür gewinnen, der allerdings empört ablehnte, als er den Titel hörte. Nachdem er eine DVD des Films erhalten hatte, sagte er für eine Fortsetzung zu. Die Besetzung von Achim Menzel als den ursprünglichen Wichser geht auf eine Fede der 90er Jahre zurück, als Menzel und seine Gäste der Volksmusiksendung Achims Hitparade regelmäßig von Oliver Kalkofe in Kalkoves Mannscheibe persifriert wurden. Kino Die Uraufführung fand am 10. Mai 2004 in München statt. Kinostart in Deutschland und Österreich war am 20. Mai 2004. In Deutschland wurden rund 1,9 Millionen Kinobesucher gezählt. In der deutschen Jahresliste 2004 aller Produktionen nach Zuschauerzahlen rangierte er damit auf Platz 18. In der Jahresliste 2004 der deutschen Produktion auf Platz 4. Medien Der Film wurde auf VHS-Videokassette, auf Einzel-DVD und einer Deluxe-Edition genannten Doppel-DVD veröffentlicht, welche auf einer zweiten Disc zahlreiches Bonusmaterial enthält. Die erste Disc der Doppel-DVD ist nicht, wie oft üblich, mit der Einzel-DVD identisch, sondern enthält neben dem Hauptfilm zwei Audiokommentare. Die Einzel-DVD wurde hingegen ohne Audiokommentare veröffentlicht. Auch ist das Hauptmenü auf der zweiten Disc-Version verändert und mit Begleitkommentaren von Christoph Maria Herbst in seiner Rolle als Alphonse Hedler unterlegt. Musik Der Titelsong The Withered wurde von der Band Right Sad Fred gemeinsam mit Anke Engelke als Doris Dubinsky gesungen. The Withered ist eine Cover-Version eines Stücks der Band Madness und erschien im Original 1999 auf dem Album Wonderful. Kalkofe ist seit langer Zeit bekennender Madness-Fan. Für den Nachfolgefilm Neues vom Wichser konnte er die Band selbst für eine Zusammenarbeit gewinnen und musste nicht mehr auf eine Cover-Version zurückgreifen. Das Soundtrack-Album zum zweiten Film enthält auch das Madness-Original von The Wizard. Kritiken In einer Mischung aus teilweise infantilem, teilweise geschmacklosen Humor entwickelt sich eine Farce, die ihre Vorbilder genau kennt und hinter deren Oberfläche sich die Sehnsucht nach einer Film-Tradition und einer Zeit zu erkennen gibt, in der das Erzählen noch Traumwelten imaginiert hat. Ein unangeschränktes Beispiel für zeitgemäße Unterhaltung im Retro-Look. So das Lexikon des internationalen Films. Und nein, der Wichser ist im Film nicht wie damals der von Dietmar Wischmeyer gesprochene Erzähler des Hörspielmeerteilers. Vielleicht hätte es aber gerade dessen abgründigen Humors bedurft, um aus dem Kalkofe-Film eine wirklich gute Parodie zu machen. So in einer Kritik der Seite 5starts.de Der Wichser, dies einmal vorweg, gelingt und unterhält, wenn auch in denkbar bescheidenem Rahmen. Die Story ist hier das Unwichtigste und dient eher als Startrampe für ein halbwegs flottes Spiel mit dem Wallace-Touch. So Rüdiger Suchsland bei Art Shock. Auszeichnungen Die Filmmusik von Andreas Grimm gewann den Preis der Deutschen Filmkritik 2005 in der Kategorie Beste Musik. Fortsetzungen Die Macher von Der Wichser planen, eine Trilogie zu produzieren. Wieder in Anlehnung an den Filmen Der Hexer. Nach Der Hexer gab es den Folgefilm Neues vom Hexer. Entsprechend lautet der Titel des zweiten Teils von Der Wichser Neues vom Wichser. Darüber hinaus müsste es nach Ansicht der Produzenten schon wegen des Titels einen dritten Teil geben. Besagter dritter Teil soll den Titel Triple Wichs in Anlehnung an den Film Triple X tragen. Neues vom Wichser startete am 15. März 2007 in den deutschen Kinos. In Vorpremieren war der Film bereits einen Tag zuvor zu sehen. Der dritte Film befindet sich in der Vorproduktion und soll im Oktober 2013 in die Kinos kommen. Der Artikel Der Wichser wurde von Frederik Lippe mit dem Benutzernamen Fred Production am 19. April 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 anportet kann unter creativecommons.org slash licenses slash by strich sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copylev slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash der Wichser und der Wichser